Hey, Johnny. Hey, Johnny. Sie finden mich alle wieder am Arsch. Dann könnte nicht mal Angelus die Finsternis stoppen. Vielleicht habe ich keine Chance. Scheiße. Ich bin so oder so gefickt, oder? Mal zu, Johnny. Danke für alles. Jederzeit, Jackie. Nur weißt du... Niemals! Und auf keinen Fall nochmal! Okay? Na gut. Jackie. Hey, wenn du drauf gehst, kriegst du deine Bücher? Was? Zu früh. Ach so. Ja. Unpassend, mein Freund. Geschmackloses Arschloch. Na gut, ähm... Rede mit Winnie. Mann, da ist die Scheiße uns ordentlich um die Ohren geflogen. Hallo. Mach ich doch. Will er nicht. Ich drück doch eins. Ach so, falsch. Das ist ein schlechter Deal, Jackie. Ganz schlecht. Ich habe mit Winnie geredet. Vielleicht sollten wir eine Weile den Kopf unten halten, bis sich die Lage beruhigt. Gute Idee. Und genau das solltet ihr alle machen. Aber ich beende es. Heute Nacht. Was zum Teufel soll das heißen? Das heißt, dass ich zu der alten Uferpromenade in Astoria gehe. Sie haben da was, was ich brauche. Worum geht's, Boss? Sag einfach, was zu tun ist. Ich und die Jungs sind bereit, ein paar Schädel einzuschlagen. Die Penner haben Nerven, sich hier blicken zu lassen. Nein, Winnie. Ich habe euch wegen meiner Sache in Gefahr gebracht. Das werde ich nie wieder machen. Ich muss das alleine tun. Okay. Jackie, ich kann nicht... Das ist dein Befehl, hörst du? Du hast echt Eier in der Hose. Winnie, wenn ich nicht zurückkomme... Halt die Klappe, Jackie. Ich sehe dich, wenn du zurück bist. Verstanden? Oh, Jackie Boy. Der harte Junge, was? Ich denke, dass es die letzte Mission ist, oder was? Als Kinder waren Jenny und ich pleite. Aber sie hat immer für Spaß gesorgt. Einmal an meinem Geburtstag hat sie uns in die Rollschuhbahn geschmuggelt. Ein Kind hatte eine Party gefeiert und die war so groß, dass keiner das kleine Mädchen bemerkt hat, das ich beim Kuchen bediente und den Geschenken. Nur für mich. Der beste Geburtstag meines Lebens. Sie hat uns in Kinos geschmuggelt, uns in Kneipen reingebracht, alles. Und wenn wir erwischt wurden, hat sie uns da so gut rausgeholt, wie sie uns zuvor reingebracht hatte. Sie konnte sich aus allem rausmogeln. Ich hätte wissen sollen, dass so ein Glück nicht ewig wird. Nicht ewig. Vielleicht... Finde einen Weg auf den Jahrmarkt. So, Jackie Boy. Hier endet es also. Hier. Auf dem Jahrmarkt. Besorge mir den Kral. Und du bekommst Jenny. So. Hellsgate Field. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu lange im Licht oder sowas stehen. Jackie, hier drüben. Jenny! Jenny? Jenny, warte! Komm schon. Ich will dir was zeigen. Ach, es... Das ist nicht real. Du bist nicht real. Es leckt gerade ein bisschen. Sorry dafür. Geht aber einigermaßen. Hey, Ratten-Gesicht. Ich weiß, wie wir reinkommen, ohne zu bezahlen. Aber ich will, dass es real ist. Du wirst getäuscht! Äh, Jackie Boy. Wir sollten uns in die Freakshow schleichen. Versprich mir, dass du keine Angst kriegst. Du wusstest schon immer, wie man Spaß hat, was, Jenny? Ich komm und hol dich, Baby. Halt einfach durch. Äh, endlich wieder schlachten. Das ist doch ein Intervall. Hallo, Evgen! Genau rechtzeitig. Los, begleichen wir die Rechnung. Hehehehe, ja. Aber erst gehen wir in den Shop und gucken, ob wir endlich mal was kaufen können jetzt. Hm. Also, wir haben 4.402 Cents. Von denen wir uns noch nichts kaufen können, irgendwie. Also, hier steht zwar kaufen, aber es geht nicht. Also, es ist ein bisschen... Bisschen verrückt auch so. Naja. Na egal, dann gehen wir jetzt einfach schon mal. Töten, Jackie. Erkunde den? Ja, Marc. Hier haben wir Muni-Tschö. Warte mal. Na, können wir doch nicht nehmen. Nehmen wir die schon mal mit. Äh. Scheiß Licht, ey. Jaja, das blöde Licht. Ich mag das Licht nicht, Jackie. Töte das Licht. Aber das können wir... Gut, gut, gut. Haben wir vielleicht noch eine? Irgendwo? Ne, ne? Na gut, dann... Geh halt erstmal hier weiter. Jackie Boy, du brauchst eine Waffe. Dieser Ort ist echt abgefuckt. Oh, ja. Aber ich glaube, die Finsternis fühlt sich hier doch einigermaßen wohl, oder? Nicht wahr, mein kleiner Freund? Schnecke, wir sind fast da. Warte. Da muss man doch jetzt irgendwie... Na, toll. Scheiße. Irgendwie muss das Licht doch kaputt gehen da. Na, folgen, was Jenny einfach machen. Oh mein Gott, du solltest das hier sehen. Du willst also einen Preis für mich gewinnen, Ratten-Gesicht? Ich liebe diesen großen blauen Bären einfach. Er ist so grimmig. Er erinnert mich an dich. Jackie? Alles okay? Was ist los? Komm schon, Kleiner. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Bist du dabei, oder was? Kannst du den großen blauen für mich gewinnen? Bitte, bitte. Gewinn einen Preis für mich, dann erzähl ich dir ein Geheimnis. Aber komm nicht auf komische Ideen. Na gut. Was muss ich machen? Wem muss ich umbringen? Ach so, die Enten. Heilige Scheiße! Na komm. Zack! Ich wette, die haben heute Abend Sex. Geister-Sex. Was? Hey, was willst du von mir? Hey! Hey, das ist nicht fair. Ich wollte den großen blauen. Hey, wenn du einen großen Preis haben willst, musst du weiter gewinnen, Süße. Mitspielen, mitspielen. Jeder ist hier Gewinner. Arschloch. Wer öfter gewinnt, gewinnt größere Preise. Ich muss los. Jenny, ich... Was ist los, Jackie? Du wirkst abgelenkt. Was? Hier drüben, Jackie! Hier drüben! Victor! Schnauze, ihr Bastard. Erstmal ist... Schnauze. Heute Nacht wirst du sterben. Fragt sich, wer hier sterben wird. Ihr oder ich. Ich habe die Finsternis auf meiner Seite. Zeigt sich der Finsternis. Er besitzt die Finsternis! Äh! Zack! Junge, du stirbst heute Nacht. Du siehst nicht? Wo bist du? Komm her, hier! Lass mich mal ein bisschen Deckung suchen hier. Zack! Ist zwar ein bisschen unfair, aber egal, Alter. Hier sind die Finsternis. Wir dürfen unfair sein. Ey! Soche aus. So, jetzt ist hier mal Schluss. Bäm! Headshot! Watt? Wo ist hier Licht? Du wirst schreien, sterben. Du wirst... Wie eine Frau sterben, mein Freund. Boah, jetzt habe ich es dem voll gegeben. Schnauze. Wer ist hier eine Pussy, ey? Ey, du Sack! Nicht mit mir! Oh, du Sack! Los, los, umbringen! Oh, oh. Bäm! Wo bist du? Wo ist der Sack? Erstmal. Oder erst mal ein bisschen hierher zu lassen. Oh, guck mal. Relikt! Wo sind die? Wo bist du? Komm her hier, gib mir ein Herz, du Lappen. Ausmachen. So, wechseln wir mal ein bisschen. Obwohl, warte mal. Wir holen uns mal gerade ein paar neue. Ein paar Herzen werden auch noch gut. So. Da kann man... Oh, oh. Warte. Schnauze! Ja!